Musik Die Auswirkungen der Corona-Krise auf unsere Wirtschaft sind immens. Aber nicht das Wiederherstellen alter Spielregeln und Strukturen, sondern die schrittweise ökologische Modernisierung. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Streiten wir gemeinsam für die ökologische und soziale Transformation. Wer systemrelevant ist, hat das Recht auf gute Bezahlung und auf beste Arbeitsbedingungen. Pflegerinnen, Erzieherinnen, viele mehr fordern schon länger mehr Wertschätzung. Jetzt ist die Zeit, ihren Forderungen nachzukommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017